Der Grund, warum ich es gebaut habe, ist ein ganz primitiver. Ich war gierig, eine der schlechtesten Eigenschaften der Menschheit, aber zugleich auch der größte Antrieb, um das Unmögliche zu erreichen. Ich hatte nie genug. Ich will sie nicht mit Details langweilen. Es lief nicht immer alles reibungslos. Alles braucht seine Zeit. Oben wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Schließlich gelang mir der Durchbruch. Das erste, was ich duplizierte, war eine gewöhnliche Spraydose. Es dauerte keine zwei Sekunden. Aber das reichte mir immer noch nicht. Also verbesserte ich das Verfahren. Ein Bruchstück eines Objektes reichte schon aus, um es eins zu eins zu reproduzieren. Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Wer hätte das nicht. Aber das Ausmaß der Konsequenzen, das machte mir Angst. Außerdem wäre es unethisch. Und wieder die Natur. So weit reichte meine Gier dann doch nicht. Diesen Preis will niemand bezahlen. Glauben Sie mir. Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin doch nicht dabei. Ich bin doch nicht dabei.